Mein Name ist Ulrike Deiner, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Söhne. Ich leite jetzt seit einem halben Jahr die Unterabteilung Portfolio und Service Level Management. Ja, wir sind so ein bisschen entzwittert zwischen IT und der Finanzbuchhaltung. Bei Volkswagen Financial Services arbeite ich seit Januar 2008. Das sind jetzt etwas mehr als elf Jahre. Ich gehe durch die beiden Großraumbüros, in denen meine Mitarbeiter sitzen und sage denen Guten Morgen. Das ist das Erste, was ich mache. Und dann gehe ich erst in mein Büro, wird das Fenster geöffnet, der Rechner hochgefahren und dann schauen wir, was der Tag bringt. Ich würde mir einfach wünschen, dass sich mehr Frauen das zutrauen, weil ich glaube, die sind nicht anders als die Männer auch und die können das schaffen. Also es gibt eine Reihe von Frauenförderungsmaßnahmen, zum Beispiel das Mentoring-Programm, was der Konzern angeboten hatte. Also ich denke schon, dass es für Frauen hier reichlich Möglichkeiten gibt. Das denke ich auch ist ein Punkt, den ich als Vorgesetzte gut nutzen kann, weil ich einfach informiert bin über diese Themen und sie dann meinen Mitarbeiterinnen auch an die Hand geben kann. Ich versuche für jeden zu finden, wo sind so seine Stärken, wie kann ich ihn gut einsetzen und dann läuft vieles von allein. Wenn ich einen Parkplatz gefunden habe, wenn ich komme. Koordinieren, koordinieren, koordinieren. Wir arbeiten gemeinsam und dann sind eins und eins für mich mehr als zwei, weil da deutlich mehr Gedanken reinkommen, weil man gemeinsam vielleicht auch Dinge plötzlich neu sehen kann aus anderer Perspektive und deswegen sind eins und eins für mich meistens mehr als zwei.